hallo und herzlich willkommen bei reddog campbell ich bin heute wieder auf die hat nach dem ticket und heute ist dieses das nächste spiel was wir machen müssen taktikul 5 gegen 5 ok dann mache ich mein download und dann bis gleich so da sind wir wieder das mal weg machen mal schauen wie das spiel wird noch nie was von gesehen ach ok ich brauche nicht schießen das macht man allein so Hmm, na dann. Gehen wir erst einmal auf los. Schauen wir uns das als Spiel an. Also die erste Runde haben wir ja gemacht. Schauen wir wie die zweite wird. Ah. 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 Das war's. Ich möchte mal den spielen. Okay, und? Okay. 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 ja also was soll ich zum spiel sagen selber schließen musste ich muss nur mal laufen erschließt soweit er sichtweite ist von den strichen da wollen wir ok eine minute so 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 ich bin schon unteroffizier nicht schlecht noch mal ein video eine minute und gut 5 euro für 3000 gold laden noch ein video komm nochmal abholen jetzt habe ich mir so viele videos angeschaut dass sie 10 minuten vorbei sind könnte man sich noch mal anschauen jetzt muss ich erstmal kurz abonniere schau mal schnell was hier alles so existiert da kann ich fünf werbungen anschauen für ein puzzle teil oder 5000 gold ich habe kein gold oder 200 gold oder 200 gold hmm das hatte ich gerade gehabt und da ist warum leuchtet der noch da rot okay okay ja schließen schließen muss ich einnehmen was muss ich hier machen was muss ich hier machen ich klicke hier aber muss ich da drauf drücken okay also man kann das dann mal offline spielen und online okay okay oh okay 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 Ich bin doch online. Ich versteh das nicht. Ich muss erst noch ein Level abspielen. Ich denke mal ich muss jetzt weiterspielen. Ich nehm es an, ich weiß es nicht. Weil... online... Ich bin in Deutschland. Also würde ich Deutschland nehmen. Von Server getrennt. Hm. Oh das gefällt mir. Rache. Hm, dann nicht. Irrer Fahrer. Hm. 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 Ja gut. Äh. Einstellung. Da stand doch grad irgendwas mit offline. Automatisch. Einstellung. Was schade aus. Ich bin in. Ich bin in. Ich bin in. Ich bin in. Ich verstehe das nicht. Ja, ich würde mal sagen, das war's für heute, hier rausgehen, verlassen, bestätigen und mein Ticket noch abholen. Ja, das war's. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Viel Spaß!